Willkommen zu einem neuen Guide in The War Within. Wir kümmern uns heute um den Erfolg Entdeckung in Kriegwaldskräftigung. Dort müssen wir wieder vier robuste Truhen einsammeln. Die erste finden wir direkt im ersten Raum, wenn wir reinkommen, links ums Eck. Steht einfach dann da. Bei der zweiten ist es ein bisschen nicht so offensichtlich. Ich habe das Ganze so gemacht, dass ich diese Kerze abgelegt habe und dann müssen wir ein kleines, nennen wir es Jump and Run, ein kleines Sprungrätsel lösen. Naja, eigentlich ist es nicht schwer, es sei denn, man stellt sich genauso doof an, wie ich das gerade getan habe. Wir müssen dort hochspringen und dann finden wir die Truhe hier. Die dritte Truhe ist dann, naja, direkt beim Wiederbelebungspunkt dort. Relativ gut zu finden, die vierte und letzte Truhe ist, wenn wir ein kleines Stückchen weiter gehen Richtung Endboss, einmal links ums Eck, dort oben kommen wir runter und da ist die letzte Truhe. So viel dazu, wem es gefällt, Daumen nach oben und ein Abo dalassen. Bis zum nächsten Mal.